Endlich daheim! Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Etwas zugig vielleicht, aber viel besser als ständig Baumrinde in der Hose zu haben. Lass uns die Gegend was tauschen. Zeit zum Ausruhen. Ich schlafe bis zum Frühling. Bist du nicht müde? Ah ja! Hier liege ich gut. Schlaf. Schon längst dabei. Was war das? Dein Bobby. Wer bist du? Ja! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Atreus, bist du bereit? Ja, aber ich habe was Seltsames geträumt. Fimbulwinter war vorbei und Thor kam zu uns, hier zum Haus. Es war nur ein Traum. Aber es war so anders, so real. Als wäre es die Zukunft. Dann beschäftigen wir uns morgen damit. Heute können wir noch einiges tun. Komm. Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.